Hallo, heute werde ich euch ein Nail-Design zeigen und zwar habe ich mich für eine dunkle Variante entschieden und wir fangen mit einem schwarzen Nagellack an. Ich habe meinen schon aufgetragen und zwar ist es die Nummer 677 von M&Y und nehmt einfach euren schwarzen Lieblingslack und tragt ihn am besten die Nacht davor auf, denn er sollte ziemlich durchgetrocknet sein, damit ihr mit dem Tesafilm jetzt nicht ein Stückchen, ja, abklebt. Und zwar solltet ihr ein kleines Tesafilmstückchen abmachen, das könnt ihr dann in die Hälfte quer durchschneiden und jetzt klebe ich ein Dreieck ab und die Spitze zeigt nach unten, das heißt nicht nach oben, also zum Ende des Nagels, sondern nach unten in Richtung Finger und jetzt werdet ihr nochmal genau erkennen, wie ich das abklebe. Ich fange immer unten von der Mitte an und gehe dann nach außen. Wenn ihr das nun gemacht habt, könnt ihr das natürlich machen mit so vielen Nägeln, wie ihr wollt, wie ihr natürlich am besten klarkommt, nicht, dass ihr euch dann irgendwie verklebt. Und das nächste wäre dann ein silberner Nack. Ich nehme den von Marvalia und zwar ist es die Nummer 38. Es gibt aber auch bei anderen Marken wirklich schöne Silberlacke und die könnt ihr verwenden und der hier deckt halt besonders gut auf dem schwarzen. Aus diesem Grund habe ich auch den genommen und eine Schicht reicht völlig aus. Also einfach alle Nägel in Silber lackieren. Und falls euch die Teserstreifen stören, könnt ihr natürlich mit der Schere drüber gehen und die Spitzen nochmal abschneiden. Denn mir ist es öfters mal passiert bei dem Design, dass ich einfach zusammen hängen geblieben bin und dass sich dann alle Teserteile irgendwie miteinander verwurschtelt haben. Das nächste wäre dann etwas Glitzer auf dem Papier zu streuseln und den dann an der Spitze zu befestigen. Also da, wo sozusagen eigentlich euer weißer Teil des Nagels wäre und ich benutze dafür den Quick Dry High Shine Topcoat von Catrice. Ihr könnt natürlich irgendeinen Klarlack benutzen und den einfach etwas auf die Spitze tupfen. Und dann gehe ich mit dem Glitzer und meinem Finger auf die Spitze des Nagels. Ich persönlich mache es natürlich lieber mit dem Finger. Ihr könnt aber auch einen Pinsel verwenden. Aber Finger finde ich persönlich am einfachsten. Das nächste, was dann kommt, ist einfach den Tesafirm zu entfernen. Und da würde ich euch raten, den Nagellack wirklich schön durchtrocknen zu lassen. Und dann geht das Ganze auch ohne Probleme und ihr werdet sehen, dass ihr ein schönes Dreiecksmuster habt. Wenn ein bisschen Kleberest übrig bleibt auf dem Nagel, einfach mit dem, also auch mit eurem Finger, mit dem Nagel ein bisschen wegkratzen. Da müsste eigentlich nichts passieren, weil das Schwarze ja schon vom Vorarm schön trocken ist. Dann noch eine Runde Klarlack drüber und bzw. ein Topcoat, wie den von Catrice, den ich eben benutzt habe. Und das Ganze müsste am Schluss so aussehen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und lasst mir natürlich gerne einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss!